Willkommen. Ja, wir versuchen mal wieder mit unseren Fünfern den Weg zum Zehner weiterzugehen. Ah, ja. Wir sind hier auf Wadi. Ja, dann lasst uns Spaß haben. Wir haben unseren Mac Master dabei. Ja. Und zu einem chinesischen Steward. Nachbau. Plagiat. Chinesisches Original. Ja, genau. Chinesisches Original. Scheiße, jetzt oder schneller. Verdammt. Nee, da fahren wir mal nicht, Jens. Da fahren wir erstmal nur hier hin und warten mal auf die Größeren. Ja, dass so ein IS halt mit dem One-Shot-Mind er kann, hey, was macht man so Hummel da eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, Artis. Ist euch das eigentlich schon aufgefallen, Jungs? Ich weiß das nicht, was die Hummel da macht. Denkt ihr irgendwie, die spielt einen schweren Panzer oder so? Ja, wahrscheinlich. Eine Chromwelle legt sich schon mal mit dem T-19 sichern. Hat auch schon ganz gut gefressen. Ein großer Art, ne? Ready to fire! Iiii! Oh, Tog! Wow! Tog, Tog. 155. Von der Geschwindigkeit des Turms bin ich echt überrascht bei diesen Dingen, ne? Aber... Von der Geschwindigkeit vom ganzen Panzer her bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Hm. Was hast du gesehen, Storg? Ja, ich hab's aber nicht richtig gesehen. Wie kann man das denn nicht richtig sehen? Die Hummel steht da aber auch voll offen, ne? Unser Mech, unser Mech ist rum. Vertrieben, Chito, äh, Chichi, 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 ja, okay. Chihai oder wie auch immer. Auf Wiedersehen, Chichi, Chino, Chino, Chino hat auf Wiedersehen gesagt. Der Chihai hat high gesagt. Ha, Gesundheit. Ich komm mal runter. Richtung T-92. Ich mach mal einen kleinen Suicide-Scouter für die AT. Ja, ich geh mal dem T-19, sich in dem ELC ein bisschen helfen. Zu highlight gehen. Target unlocked. Ich weiß nicht, was da hinten noch steht. Da steht bestimmt die Artillerie. Oh, Mechie. Hat so fein gemacht, da kommt ein 12T zu dir. Ich treff nicht. Ich treff die Artillerie nicht. Treff den 12T nicht. Ich mach nur 66 Schaden. I can't see the target. Oh, das Tog ist unten im Wasser. Ich glaub, ich komm nur die Damage-Piñata. Oder, wo ist der? Ja, der ist hier. Ah, der ist hier. Mac? Noch da? Ja, ja. 12T auf dem Weg. Aha, T-29 auch. Ja, an den komm ich nicht ran. Ich komm jetzt auch an den 12T nicht mehr ran. Oh ja. Aber an die M4... Oh, die hätt ich jetzt auch getroffen. Scheiß, GB Panther. Was? Also, für... Also, für so einen kleinen T-4er, in so einem Match... Hast du schon ein bisschen stumm gemacht. Vor allen Dingen... Der Dicke anmacht ja nur 66 Schaden. Wie hast denn du Struck da unten reingebracht, sag mal? Der ist von alleine da runter. 25.000 Gefechter, dann fährt der da runter? Ja. Komm mal von der anderen Seite. Ja, der dachte halt, der schwimmt da drin gut, weißt du so? Ja. Hat sie 4 World of Warships gespielt. Ja, wahrscheinlich. Boah, der guckt mich an. Enemy armor is damaged. Enemy armor is hit. Ich bin froh, dass... Ich bin froh, dass das... Ich bin froh, dass das... Ja. Ja. Drei, zwei, eins. Und just. Jawoll. Geiler Scheiß. Nein. Nein. Da hat dich der Scheiß-T29 gesichert. Ein umnachteter... Ein umnachteter... Jawoll. Geiles Match. Und ich bin noch geplatzt. Jungs, ich danke euch. Das war doch schön. Das war so nicht schlecht. Ja. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns einfach einen Daumen oder ein Abo da. Wir sind für alles bereit. Gebt Kommentare. Sagt uns, was euch nicht gefallen hat. Sagt euch was... Sagt euch... Sagt uns, was euch gefallen hat. In diesem Sinne... Bis demnächst. Ciao. Tschüss. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst.